Hallo liebe Leute, zurück zu Dark Matter, eine weitere Folge. Dem geneigten Betrachter wird aufgefallen sein, dass ich nicht mehr da bin, wo ich mich zu Letzt abgespeichert habe, sozusagen. Sondern aus irgendwelchen Gründen bin ich hier in einen... Also ich bin zurückgegangen, ich habe überall gesucht und nichts gefunden und war auch selber so ein bisschen frustriert. Und bin einfach nochmal zurück in die Prozesssteuerung. Da war eine Tür, die ich warum auch immer noch nicht beachtet habe. Sieht jetzt nicht so aus, als ob die mich irgendwo hinbringen würde, wo es mich voranbringt, weil ich stehe da, wo es blinkt. Diese Tür habe ich hier entdeckt, bin durch die durch, ein Crawler, eine Tentakel und jetzt stehe ich hier. Mal gucken, was es uns bringt, dass wir hier sind. Ich versuche es einfach mal. Mal sehen, wie viele Mistviecher... Okay, Babycrawler ist jetzt nicht so schwer. Ah, es geht abwärts. Ein gutes Zeichen. Es geht abwärts. Okay, wir können den Aufzug jetzt von der Seite holen. Holen. Hallo. Aufzug. Holen. Hallo. Aufzug. Holen. Da war da eben noch die Tür auf, oder nicht? Sag mal. Bist du geklappt, oder was? So, ist nix. So, komm, Mädel, nochmal. Aufzug. Holen. Holen. Das ist ja ein Ding. Sagt nie Karte. Karte sagt Aufzug. Wahrscheinlich muss ich wieder andersrum. Na, der hat es ja gebracht. Okay, ich mache mal Licht, weil... ...wir hier durch sein Sultan. Siehst du, hier war Tadeus Tentakel nochmal. Ach ja, und hier ist wohl dieser blöde Crawler. Babycrawler. So, jetzt bin ich wieder da, wo diese großen ganzen Türen sind. Na, super. Tatsächlich ist es ja nicht so doll gebracht. Hm, wenn ich jetzt andersrum gehe, so. Da muss ich da hoch, ne? Ja, was soll's. Ich habe nichts zu verlieren. Mal, warte. Oh, nicht der Big Cousin. Oh, schnell weg hier, schnell weg. Schnell, 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 schnell weg. Der dreht sich um. Mittel, hoch, da. Weg da. Ich will den gar nicht haben. So. Oh, Speicherstation. Immer gut. So, Licht machen wir lieber nicht. Kennen wir ja. So, hier fehlt eine Leiter. Hier fehlt so ein Hedge-Control, ne? Hm. Ja. So, wie fandet man den? Lichten würden die nicht, ne? Ja, noch zu. Ja. Mist, hier ist eine Leiter, hier ist eine kaputte Tür, die wir irgendwann ja auch mal von der anderen Seite aufgemacht haben. Sicherungsraum Nummer 3. Mann, ich weiß, dass das nicht richtig ist. Aber ich hab so das Gefühl, dass wir, guck mal, sichern uns Raum Nummer 2, sichern uns Raum Nummer 3. Ne, der ist ganz am Ende. Guck mal, kann hier nicht noch was kommen? Das sieht so abgehakt aus. Deswegen. Ich muss da einfach rin. Macht nie mehr für Räusche, erschreck ich mich immer. War zu klein, war das? Das ist ja noch schön sehen. Ja, okay, Mille, komm. Hm. Huch. Ihr könnt wetten, ich hab hier irgendwas übersehen am Anfang. Und warum krieg ich jetzt gerade Gänsehaut? Mann. Ich hab so einen Grund haben. Vielleicht der Grund, dass ich hier richtig bin. Und wir sind doch besser ausgestattet als am Anfang. Vielleicht kommen wir dann. Siehst du, hier waren wir doch ja nicht. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was machst denn du hier? So, das ist eine Wand. Vielleicht haben wir wirklich was übersehen. Komm, kicke mal. Geht nach oben. Noch eine Wand. Speicherpunkt. Ganz schön häufig, ne? Muss einen Grund haben. Wahrscheinlich ist der Grund hinter dieser Tür. Gleich wieder klack, 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 klack. Also hier gibt's auch einen Plan, ob das der ist. Boah, wie gewusstet. Wie gewusstet hatten wir. Der war noch nicht unten. Nee, der war noch nicht unten. Mist, eh ein Schuss. Oh Mann, ne, wie im Schuss so vergiftet. Können durchdrehen. Okay, wir schmacken uns mal trotzdem was ein. Immer nachladen, nicht vergessen. Hier ist das vergessen. Mann, Mann, Mann. Na gut, wenigstens ein bisschen Action. Was das jetzt so weiterhilft, wissen wir noch nicht. Aber ich hab schon mal wieder was für die Waffe gefunden. Oh. Gucken wir gleich auf eine Station. Aber ich klackert das doch schon wieder. Ich hör das doch schon wieder. Ich speichere mal immer. Und schau mal hier rein. So, was haben wir denn jetzt? Wir wandeln um. Plupp. War jetzt nicht so viel. Waffen. 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 So ganz hab ich das noch nicht verstanden hier. Glaub ich, kann das sein. So, das waren die Tagebücher. Das war mein Inventory. Dann holen wir natürlich eh mal mit. Zack. Einmal, zweimal mit. Ah, ich bin ja wieder ein Held. Hab ich wieder nicht vorher gesehen. Aber guck mal, ist genauso teuer. Vom Benutzer angefertigt. Magazin-Lader erhöhen. Die Feuerrate bei allen Waffen. Wird wär nicht schlecht. 5000. Trotzdem brauche ich natürlich Midi-Picks. So. Na, gucken wir mal weiter. Besser ausgestattet jetzt. Komisch, ne? Man geht tatsächlich nur noch im Dunkeln hier durch. Oh, was. Hier sind wir jetzt. Hier sind wir. Liebe Leute, liebe Leute. So, was hat uns das jetzt gebracht? Wir sind im Kreis gegangen. Von da unten sind wir gekommen. Wird gern noch. Ihr verzeiht's mir hoffentlich. Natürlich mal hier unten lang gucken. Vielleicht geht's am Ende noch weiter. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß jetzt nicht. Ich laufe da mal ganz schnell hin. vorausgesetzt, hier ist es nicht jemand, der mich da gerne aufhalten würde. Hier war ich doch vorhin, ne? Genau. Ich wollte aber etwas schauen. Ach ne. Ach, da war zu Ende. Ach, Leute. Sorry. Da war ich wieder so ein bisschen unbedarft. Hab ich wieder nicht aufgepasst. So. Leiter nach unten. Heißt, wir kommen wieder dahin, wo wir herkommen. Also nicht die Leiter nach unten. Also ich hab jetzt da einen weiteren Plan, das ist aber nicht der Munitionsplan. Ey, ich geh auch nach oben. So, war hier links irgendwas? Ne, da war nur eine Wand. Mal los. Also Treppensteigen könnte sie wirklich mal, das wär mal ein Upgrade. So, zack, nach oben. Fällig ist der Lack. Lauf, 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 lauf. Treppe nach oben. Nein, 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 nicht. Ich will nicht mehr von dem an den Sprung halten. Keine Lust drauf. Aber ich glaube, ich muss. Alter. Alter, was ist denn das? Ach, dieser Panzer-Typ. Alter, ich geh mir nicht auf den Keks. Guck doch gar nicht weg. Scheiße. Deswegen hätte ich das auch immer nicht gemacht, weil hier Licht anläuft, ne? Ich geh am Föhn. All das wäre für ein Popo hier. Ist das vielleicht der Grund, warum ich da nicht lang wollte? Wo bist du wohl der Teil? Ja genau, warum ich. Ja genau, das wollten wir. Was sich das gelohnt hat. Nein, Mann, 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 Mann. Wahrscheinlich wieder nicht. Oh, nee, ne? Nein. War doch ganz am Anfang, ne? Tunnel war doch ganz am Anfang. Ne? Wo ist denn der Tunnel? Da ist der Tunnel. Herstellung. So, aber ich glaube, das macht nichts. Da gehen wir einfach mal rein. Nachladen. Schaffe ich einen Munitionsplan? Ja, ist mir schon klar. War das jetzt hier Hedge oder? Ne, Aufzug, gut. Na, kommt wenigstens. So, hier geht's. Oh Gott, wie viele Ebene haben wir denn hier? Drei, ne? Soll ich mal kicken, ne? Nein, da ist noch eine Tür. Ach, da sind wir einfach... Ja, alles klar. Prozesssteuerung schon wieder. Puh, probieren wir doch einfach mal die Tür, ne? Hm. Eine nach oben. Eine nach oben. Zack. Lohnt sich ja. Komm, so. Oh. Eine sich schließende Tür erledigt für ziemlich alles, was uns bisher begegnet ist. Türen zu benutzen spart Munition. Sicherungsraum Nummer zwei. Na, dann gucken wir mal. Türen zu benutzen spart Munition. Das hat mir bisher noch nicht geholfen. Vielleicht hab ich's aber auch noch nicht verstanden. Sicherungsraum Nummer zwei. Geil. Hm. Aber grad im Tunnel, ne? Da, hinten. so. So. Klappe zu. Klappe zu. Klappe zu. Klappe zu. Ja, ja. Klappe zu. So. So. Klappe zu. Da oben. Hm. Es wird jetzt hier nicht so besonders erfolgreich. Sicherungsraum Nummer eins. Aber es ist die pure Verzweiflung, die da aus mir spricht. oder in mir bricht. Würde ich eher sagen. Oha. Ne, warte mal. Wo wir denn hin eigentlich? Komm nach unten. Abtuse Elevator und nach unten. Geht auch nur nach unten. Uiuiuiuiuiui. Wann schon mutig. Einfach durchzulaufen. Aber wer würde das nicht wollen? So. Zack. Mist. Fass meine Munition. Völlig ver... Mann ey. Fast alles verbaselt hier. Wie man so Neudeutsch sagt. Hier. Verdammt. Zehn. Komm. Helft nix. Ohne Moon geht das hier nicht. Mann, Mann, Mann. So. Kicken wir mal weiter. Was wir so finden. Wird es nicht ungewöhnlich? Oha. Großer Raum. Könnte ungewöhnlich sein. Was ist das hier? Das war die Hedge-Control, ne? Für die Leiter. Tja, wo sind wir denn jetzt hier? Alter Verwalter. Kann mich nur dunkel erinnern. Wird nicht so dunkel. Hm. Da hoch, da runter. Türsteuerung. Guck mal, die haben wir noch nicht. Friedlich. Oha. Neuland. Hallo. Bin friedlich. Mit friedlichen Absichten hier. Hallo. Naja. Fast friedlich. Nein. Wird schon wieder eine Station? Komisch. Hat doch bestimmt einen Grund. Oha. Gibt es erstmal eine Menge Schrott? Oh. Den wir wahrscheinlich jetzt teuer bezahlen werden. So. Jetzt bin ich auch mal gemein, Leute. Ich bin jetzt mal gemein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.